Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei DirektDranTV bzw. TV58.de. Es gibt heute etwas Neues in der Innenstadt. Es geht um Wasser, es geht um unsere Galerien. Wir haben ja zwei der Formen, nämlich hier auf dem Friedrich-Ebert-Platz, nämlich auf der einen Seite die Vollmergalerie, auf der anderen Seite die Rathausgalerie. Um die Rathausgalerie geht es heute, das ist ja die, die neuerdings auch für die Bestäubung der Innenstadt zuständig ist. Habt ihr jetzt nicht verstanden. Ja, die haben ja neuerdings die Bienenkörbe oben auf dem Dach und sind natürlich dann dafür zuständig, dass hier alles ordentlich bestäubt wird, dass auch alles schön blüht hier. Also, wenn ihr eine Biene seht, schönen Gruß, die kommt oben von der Rathausgalerie. Jetzt haben die aber noch was Neues. Die haben nämlich seit dem 16. eine neue Ausstellung. Da geht es um Wasser. Um Wasser geht es in der Rathausgalerie ja so und so. Die haben ja diesen tollen Brunnen, der mehr oder minder mehr als Sitzgelegenheit genutzt wird. Könnte ruhig noch ein bisschen größer sein. Dann könnten noch mehr Menschen da Platz nehmen. Was dieses Kunstwerk an dem Brunnen darstellen soll, das wissen wir bis heute nicht. Vielleicht wird es irgendwann mal gelöst von der Firma Coprian. Aber es gibt eine neue Ausstellung. Tour de Rohe. Man möchte in der Rathausgalerie euch und mir die Ruhe einfach etwas näher bringen. Es gibt einen riesengroßen Klebestreifen, nämlich 70 Meter. Und damit will man den, ich weiß es jetzt nicht, über 200 Kilometer langen Verlauf der Ruhe danach bilden. Es gibt viele Vitrinen mit Exponaten. Es gibt auch einiges an Gärten, Brunnen und, und, und. Aber mehr will ich gar nicht vorwegnehmen. Ihr sollt es euch ja selbst anschauen. Mein Eindruck? Achso, es gibt eigentlich noch ein Gewinnspiel. Ein Gewinnspiel gibt es nämlich auch. Zehn Fragen muss man beantworten und jeden Tag gibt es neue Geschenke. Ruhig mal mitmachen. Ja, mein Eindruck, gerade schon gesagt, es könnte ein bisschen mehr sein. Also ein Flügel ist von der Ruhe belebt und man hätte ruhig den zweiten Flügel in der Rathausgalerie ruhig mal dazunehmen können. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Wenn ihr die habt, schreibt uns ganz einfach. Und ansonsten gibt es ja ständig Neues hier bei uns bei Direktran und TV 58. Tschüss und viel Spaß bei der Hitze.